Hey ho, hier ist wieder Captain Dudenman, und wir machen weiter mit Gleichfahrt. Das letzte Mal bin ich in der Mission stehen geblieben, allerdings ist mir dann meine Enter-Truppe abhanden gekommen, und, ja, kurz darauf habe ich auf irgendwas geschossen, ich weiß nicht mehr genau was, und Gleichfahrt hat sich verabschiedet. Deswegen nehme ich die Mission jetzt nochmal neu auf, und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir das Enter-Kommando kaufen. Ne, das muss ich sagen, äh, das nehmen wir hier. Will ich es mal ansehen? Ich werde das Ganze mal ein bisschen anders angehen, glaube ich. Ich werde mal hingehen und, ähm, ich werde mal hingehen um die beiden Big Bangs auch rausragen. Also mal gucken, ob ich vielleicht, ähm, und vielleicht kommen wir vielleicht noch gut nachher an. Dann warten wir wieder auf die Kamera. Ja, das ist mal schweißig. Weil, das war wirklich meine Lagen hier. Und dann war nach Wohnung gefühlte Fezio-Kart. Deswegen halten wir das. Aber, wir schaffen hoffentlich jetzt die Mission. Schreibst du über die gute Atmosphäre. Ja. Das ist auch immer wieder in der Tür. Wir haben ja nie in der Tür, oder? Ziel erfasst. Genau. Ich hätte Flaschen in der Tür. Genau. Ich hätte Flaschen. Das ist blöd, wenn ich so ein Bruder hier durchfahren würde. Ich kann den Minen vorbeikommen doch nicht. Und das ist nicht... Wenn es Sinn macht, zwei Minen durchzuführen. Ja, wir sind. Wir brauchen den Internet. 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 Ich hab' den Internet. Aufschaltung geoptet. Aufschaltung geoptet. Befürchtet nicht, dass es nicht so ist gewesen, aber... So riesig hier. Ja, man merkt schon, dass es ein Bomber ist mit einer ganzen Wende. Irgendwo raus. Ego im Hinteren. Viel zerstört. Krass. Viel zerstört. Ich bin da, bin ich wieder. Ich musste kurz Pause machen. Ich bin gerade hier. Hallo. Hat er mich jetzt volle Kahn getroffen? Das kann nicht wahr sein, ey. Okay. Die andere Truppe hat er an Bord gebracht. Okay, da ist neben mir eingeschlagen. Viel zerstört. Ist mir die Nase... Da ist noch eine Brache. Da ist noch eine Brache. Viel zerstört. Viel zerstört. Viel zerstört. Viel zerstört. Ziel erfasst. Dann haben wir jetzt noch die restlichen Wachen kaputt. Aufschalten. Aufschalten. Dann habe ich ja nicht immer gleich. Torpedo. Beide. Torpedo. Beide. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel identifiziert. Ziel erfasst. Und da ist noch weg. Boom. Eie zerstört. Weg aus dieser Mission. Ja, tut mir leid wegen der kleinen Unterbrechung. Da war dann doch ein Nieser drin. Ich hasse meine Allergie. Aber ich werde das jetzt hier gleich vorbeichern. Weil wegen ich noch mal machen will. Und so, ne? Mhm. Huh. Um mich gerade zu reparieren. Voll. Ich habe hier geplant einen Dosenbruch. Okay. Ja, gut. Mal speichern kurz. Und, äh... Da habe ich noch zu lange. Und, äh... Und, äh... Santiago's Ende. Hm. Was machen wir hier nur? Deine Leibwache ausschauen. Hier ist noch eine Bigpoint drauf. Sonar bereit. Torpedo bereit. tremendously vulnerable. tun sie. Ich habe mich noch völlig entsprechend- Die im j english Okay. es kommt aus. Die im j corrected ist. Die im j draußen. Die im j Tryg. Und dies kommt aus. Ich mache einen Schalter mal in die Meldung. Ziel zerstört. Was war noch das? Ziel erfasst. Aufschaltung geortet. Achtung. 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 Bauch. Das ist ein Big Bang. Achtung. Dich... Bastard, dein Ende, bitte schön Gute Einsatz Holy shit, Alter, 20.000 Triton, Schlachtschiff der Atlantischen Föderation. Gut, willkommen. Hallo, hier bin ich. Hm, ich würde sagen, ich arbeite immer. Boah, wie will ich. Auf mir ein Fixer. Aber hallo. Fixer, Fixer ist eines meiner Lieblingsgänge. Oh, ähm, ganz gut. Geil, jetzt kann ich mich nämlich hier auf dem Pro 2. Okay. Bisher geht es nicht so zu viel zu viel zu teuer. So, jetzt habe ich ein richtig näher rausgeschlossenes Stück. Hm, ja. Aber kein so tolles Propheter-Magazin. Wunderbar. 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 Damit sind wir... Ich habe mich doch repariert, oder? Wunderbar. Wuh, wuh, wuh. Damit meinst du mich gerade so wachst. Was mich in sich hat. Und, ähm, das haben wir ja abgekackt. Weil wir ja den Herrn Santiago hier kaputt gemacht haben. Wunderbar. Oh, da bin ich einfach mal hier frei. Okay, das ist nichts. Null kommt. Ähm. Okay, nicht mehr für Urlaub spielen. Jetzt weiß ich immer gar nicht noch was. Was gibt's noch zu tun? Willi-Boy. Okay. Okay, ich habe 1200 Credits dafür, dass ich den umlege, den Hund. Okay, Patrouille fahren, da, Patrouille. Okay, ich weiß schon, was da wieder rauskommt. Patrouille und die BigFatMama fahren. Sonar bereit. Oh, enough. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Aufschalter. Ziel identifiziert. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. So, warten wir noch auf. Nicht gut. Wir haben noch. Viel Erfassen. Viel Versturz. Abschaltung geöffnet. Genau. Da kommt noch mal dahinter. Identifikanten Erfahrt. Zorpedo. 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 Viel Versturz. Oh ne. Gut. Äh, ja, Hintergrund. Wunderbar. Äh, ich merke mich gleich wieder. Schöpfer rät. Schöpfer rät... Vielen Dank.